Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel L.P.O. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate. In der letzten Folge haben wir das Intro gesehen, haben uns mit allen Dorfbewohnern unterhalten, haben unseren Charakter erstellt, in der Reihenfolge, ja. Haben hier, keine Ahnung, die ersten paar Gegenstände von anderen Leuten bekommen und so direkt wurde uns jetzt nicht gesagt, was wir machen sollen, aber wir gehen einfach mal jetzt raus. Und obwohl, bevor wir rausgehen, zeige ich euch erstmal, was ich hier gemacht habe. Ich habe nämlich als erstes, nein, nicht da, die Ausrüstung ein bisschen geordnet. Und zwar habe ich hier erstmal alles so schön geordnet, so wie jetzt sein muss. Die ganzen Kleidungssätze und so, werde ich hier auch alles so weit wie möglich gut ordnen, weil man bekommt, ich glaube, man hat irgendwie mehr Platz, als man irgendwie Ausrüstung im ganzen Spiel sammelt. Also ich war auf jeden Fall nie knapp daran, irgendwie alles voll zu haben. Aber naja, soviel hast du schon mal. Schon mal was Produktives offscreen gemacht. Und ja, ich würde sagen, wenn uns jetzt hier niemand irgendwas zu tun gibt, gehen wir mal nach draußen und machen einfach Zeugs. Was ja im letzten Part so ein bisschen knapp war. Hallo, kannst du mich hören? Du solltest wirklich meinen Sohn Junior kennenlernen. Er müsste im Lager sein. Ein Sprichwort meiner Ahnung. Wo immer du hingehst, dort bist du. Was? Siehst du die Karte auf dem Bildschirm? Das rote Dreieck zeigt dir, wo du bist. Das weiße Symbol, das wie eine kleine Hütte aussieht, ist das Basislager. Wir verwenden die Karte, um deinen Weg ins Basislager zu finden. Ja, bewegen, ergedruckt haben, werden durch Wegs, um zu rennen. So, also jetzt sozusagen, ich muss noch gar nicht hier raus. Da wäre ein bisschen doof. Ach nee, ich muss da hinten zum Zelten. Okay. So. Oh, schön. Jetzt sehen wir erstmal ein schönes Gebiet hier, in dem wir uns bewegen können. Sollen wir noch einige Male sehen. Also ich auf jeden Fall. Ach, ich vergesse. Da gibt es ja noch was, was ich dir über das Sprinten sagen sollte. Der gelbe Balken da oben auf dem Bildschirm, das ist ein Ausdauerbalken. Rennen, also Sprinten, verbraucht Ausdauer, ohne die bist du ziemlich lahm, bis sie wieder aufgeladen ist. Darum musst du immer auf den Ausdauerbalken achten. Wenn du Sprintest, Kräfte, Kräfte also immer schön einstellen, also einteilen, meine ich. Der Kamerasteuerung kannst du dich in der Umgebung umschauen, während du herumläufst. Ja, auch gerade, das erklärt. Dann rennen wir mal. Ja, ha, 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 ha. Sieg-Kamera so, wie ich sie will, ja, gut. Ich werde dir zeigen, wie man mit dem Bio-Gamepad hat. Wir haben einen Blick auf den Touchscreen. Okay. Siehst du, die Felder berühren Sie, um diverse für die Jagdhilfreiche Funktionen aufzurufen? Öffne das Menü mit Select und berühre dann die Felder anpassen, ordne die Felder ganz nach dem Leben an. Ob du es wissen, was ein Feld tut, berühre einfach die Hilfescheidfläche und die Felder anpassen. Wie du meinst, ist es schwierig, die Felder in die Hitze ins Gefecht zu berühren? Halte einfach den Select-Knopf gedrückt und versuche dann, Feldpositionen zu beurten. Jetzt kannst du die Position der Felder auf der Touchscreen verändern. Du kannst zwischen Mitte, links und rechts wählen, wenn sie entsprechend deines Jagdziels. Sei aber vorsichtig, das betrifft nur die Felder, die du während einer Quest benutzt. Ja, das werde ich wahrscheinlich aber auf Screen einstellen. Na, das muss doch nicht sein. Ach, schön. Kann man aber irgendwie nochmal Dings machen. Gesten, ja. Äh, stolz hier, nicken, schwitzen, klatschen, jubel. Protzen, provokant. Muss ich mal irgendwann so ein Screenshot oder so machen? Mein Charakter. Wird noch alles kommen. So, dann gehen wir mal und machen Zeugs. Ich sollte vielleicht noch irgendwie erklären. Ich glaube, mit B kann man ausweichen, da macht man so eine Ausweichrolle. Die wird sehr wichtig sein. Mit X zieht man seine Waffe. Und mit Y tut man die wieder wegstecken. Genau. Damit Y tut man, glaube ich, Gegenstände einsetzen. Da würde ich jetzt nicht ausprobieren. Wie tut man jetzt nochmal wechseln? Ach, ich habe auch gar nichts anderes. Ich glaube, mit Y setzt man die Gegenstände ein, aber das lasse ich jetzt erstmal. Da gehen wir erstmal zu Gebiet 2. Der Anfang ist noch ein bisschen lahm, aber was soll's. Dafür kommt noch am Ende sehr prima Action. Also, das Monster, was du dir gerade ansiehst, ist ein Abtonov, einer der Pflanzenfresser, frisst Pflanzen. Ich weiß, der Juno hätte gerne etwas rohes Fleisch. Vor allem nimmst du es dir nicht mit vom Abtonov, wenn du es schaffst. Los, stell dich in Abtonov und greif an, ehe er abhaut. Diese Blattfresser tun dir nicht weh. Okay, nicht sehr. Apropos, der grüne Balken rum auf dem Bildschirm ist ein Gesundheitsbalken. Wenn du auf Null sinkst, fällst du um. Wirf bei der Jagd ab und zu einen Blick auf deinen Gegenstandsbalken. Also, los, zeigt diesen vergangenen Biest, wer der Boss ist. Ja. Wie gesagt, mit X tut man seine Waffe ziehen, wenn man hat während der Bewegung macht, dann macht man einen Angriff, glaube ich. Den, ja. Dann kann man mit X und A angreifen. Sehr schön. Und das machen wir jetzt mal. Oh, ist er putzig. Töt mich. Gar nicht mal so schlecht. Du bist genau wie ich in deinem Alter. Ja, was? Blutrünstig. Natürlich waren meine Ausdauerbalken viel länger. Ja, er hatte auf jeden Fall den längsten. Mit deinen zerlegenen Fähigkeiten, entfernst du Objekte vom erlegten Monstern. Bei manchen Monstern hältst du mehr Objekte als bei anderen. Meinen Ahnen haben alle Teile des Monsters verwendet. Neben anderen Objekten solltest du von einem Abdonhof rohes Fleisch halten. Sobald du etwas rohes Fleisch hast, bringt es meinen Sohn. Junio liebt einfach frisches Abdonhof Steaks. Ja. Erstmal mache ich aber nicht fertig, so. Mal für wegstecken. Warten bis er zu Ende gezuckt hat, weil es irgendwie brutal ist. Und dann A drücken, um das Viech zu looten. Und darum geht es nämlich im gesamten Spiel. Monster erlegen, looten, sammeln, erstellen. Das gesamte Spiel ist darauf ausgelegt. Und wenn ich das alles aufnehmen würde, jeden einzelnen Schritt, den ich hier in dem Spiel machen würde, dann würde das ewig dauern. Wie er redet weg. Okay, jetzt habe ich glaube ich nicht mehr. So, jetzt noch irgendwas, was ich einsammeln kann. Für manche Sachen braucht man irgendwie so Gegenstände. Wie zum Beispiel so ein Schmetterlingsnetz. Aber hier kann man zum Beispiel auch so einsammeln, ne? Das ist, glaube ich, hier kriegt man Honig, genau. Und ich werde jetzt einfach mal alles mitnehmen, was ich hier finde. Bis mein Beutel voll ist. Und das ist er sehr schnell. So, Select, glaube ich, ne? So, das ist unser Ding mehr. Wir haben natürlich sehr viel Platz, aber das ist alles immer sehr schnell voll, wenn man hier allen möglichen Dreck mitnimmt. Was ich immer mache. Und ja. Ich weiß nicht, ob wir zu drei irgendwie hingehen sollen. Eigentlich nicht, aber... Ich werde mal da hingehen, vielleicht kommt da ja noch so ein Tutorial oder was weiß ich. Einfach mal erkunden alles, ne? So, hier ist, glaube ich, nichts mehr, ne? Ein bisschen Erfahrung habe ich ja noch aus dem 3DS-Deteil mit. Und der Peter wohl hoffentlich reichen, ne? Gehen wir mal dahin, wo die Viecher in Granz sind. Mit dem Fleisch später noch machen kann, werde ich auch noch zeigen. Irgendertal, dass man ganz langsam an. Ich werde wahrscheinlich täglich hier die Parts hochladen. Ich weiß nicht, ob ich die sofort hochladen werde, wenn ich... Irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe eigentlich geplant, so ein bisschen voraus aufzunehmen, damit ich hier schon... Mich für die großen Viecher hier vorbereiten kann und was weiß ich. Ich möchte auch so viele Waffen und Klamotten wie möglich zeigen und ausprobieren. Ich hoffe, ich habe ein paar Tipps von euch bekommen. Deswegen gehen wir halt hier ganz langsam an und, ja, weil ich vielleicht nächste Woche, das müsste der dritte, achte dann sein, der erste Part. Ich habe etwas Glück. Aber ich glaube nicht, dass ich heute schon die erste große Monster kämpfen werde. Weil er weiß, ob ich überhaupt schon die erste Quest oder so weiter annehmen kann. Aber naja, können wir es mal weiter. Und jetzt ist es ja noch ganz schön tote rosa, aber das kommt alles noch, das kommt alles noch. Aber das wird, ich werde so schreien und ich werde so verzweifeln. Bestimmt so bei den letzten Gegnern. Aus dem Interieur, die sind, ich weiß nicht, dieser Typ mit diesen ganzen grünen Knubbeln überall, habe ich zum Beispiel nie gesehen. Und das ganz letzte Viecher im Vulkan. Das ist schon der finale Boss oder so. Das allerletzte Viecher im gesamten Spiel. Blau Pils auf Maximum, stimmt. Wir können auch nicht viele, wir können nicht unendlich Sachen mit uns tragen. Ich glaube, wir können so zehn oder so. Und schleppen, ja. Deswegen. Aber Blaupilze bauen, wer die Baum auf jeden Fall. Damit können wir, glaube ich, Heiltrinker erstellen. Deswegen sammeln wir, wie blöd. Aber jetzt würde ich erst mal sagen, gehen wir zu dem Zelt, wo wir hier den einen Typen treffen sollen. Oh, da sind noch mehr Gegner. Weiter auf einmal. ab sehr schön so zu dir fliegen kann es vor der grünen macht sich nennt dann hier heraus weiß kann man natürlich auch nicht so viel wie möglich mit uns schleppen deswegen glaube ich nicht ob wir alles mit schlafen können aber vielleicht brauchen wir auch wie gesagt man braucht alles irgendwie nehmen schwer man braucht keine abend man braucht fleisch man braucht pilze man braucht alles mögliche um später bessere ausrüstung zu bekommen weil ohne gute ausrüstung bis aufgeschmissen roßfleisch ist auf maximal okay na gut dann lass mal dann gehen wir weiter zum zelt weil da müssen wir hin unser ausarbeiten ist ein bisschen runter gegangen das kommt mit der zeit er vielleicht das schon gemerkt hat wer gerade jetzt erst von geilen bart der typ hat gut gemacht du hast das lager anscheinend gesund und unter erreicht wegen der schienen durch das erdbeben ist es nicht mehr das was es mal war na wenn das von dir nicht meinen wenn das vor dir nicht mein sohn ist nicht so schüchtern gehen zu jula und begrüßt ihn dann schlägt sich auf ich meine hallo schön dass du da bist hatte ich meinen vater in den mongawald geschickt irgendwie nicht gestern konnten wir leider nicht mehr reden es ist schwierig bei katastrophen egal du kennst wohl jetzt jeden aber ich bin jungen der sohn des chefs fragt sich vielleicht warum ich hier im schutt herumstehe gute frage tja das ist dein basis lager das war es ist es was okay das überlege ich mir noch ich war aufs schreife und wollte vorbeischauen wo es eine jagdbasis hier haben wir zelt und bockea set gelassen und das beben war recht übel wir müssen aufbreiten bevor du von ihr jagen kannst ich gehe ins dorf zurück und bringe die sachen ins rollen aber zuerst hast du was zu essen für mich ich bin so hungrig könnte ein abdun auf essen hast du rohes fleisch ich bin nämlich ein genie mit dem grillspieß ja ich habe rohes fleisch so hungrig schniffel warte du hast fleisch rohes fleisch kann ich jetzt haben bitte 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 danke der fleisch lässt meinen wagen knurren zeit zum grillen und reinhauen du bist okay im dorf werden wir weiter über das basis lager reden ich werde dir irgendwie dann ehrenwort wir sehen uns dort was rohes fleisch überreicht ja ich glaube mehr gibt es ja auch gar nicht erstmal dann gehen wir doch zurück zum was also der typ hat immer zurück zum dorf aber der hat uns ein rohes fleisch entfindet das heißt wir wollen wir da noch ist hallo anscheinend hast du das fleisch bei juno abgeliefert schön schön du schaffst also einfach aufgaben ich glaube es ist zeit dass du dich auf dem weg zurück ins dorf macht dachte gebiet 1 auf der karte siehst du hast dorf tor symbol neben die brücke hinter dem dorf um ins dorf zu kommen mir fehlt ein stück groß fleisch der wird ausreichen sehr schön wir tun auch echt nix das sind so die pazifisten und teilen monstern oder auch nicht der dreht sich gerade um ich will dein kind loten wollte ich gar nicht noch mit start ja ich doch die ganze zeit start aber tut man doch das mir hier mit select aufrufen bahn ja das war gut meiner weise hüpfen die auch so kleine viecher noch umso weil diese antilopen viecher aber anscheinend nicht jetzt glaub ich auch immer was ja da könnte man auch gebrauchen wir erstmal alles einsammeln weil ich alles brauchen werde da kann man die sachen auch mehr oder weniger duplizieren da werdet ihr schon sehen so ab ins dorf wir haben sonst erledigt über episch du hast es geschafft drücke den a knopf um hier ins dorf zurückzukehren sprich mit meinen sohn sobald du ins dorf bist im dorf ist außerdem möchte ich dir als dank für deine hilfe etwas geben kommt zu mir wenn du mit junior gesprochen hast da konnte objekt mit zehn rohstoff punkten ok ja das wird alles erklärt wenn du alles erklärt wir genannt ganz langsam an schild leute ganz ruhig so jetzt habe ich da hier so was genau hallo jäger danke für das fleisch ich musste alle paar stunden was essen sonst wird mir übel ich mag dich ich weiß jetzt auch was wir alles brauchen um das basislager wieder in schuss zu bringen also neue latrinen graben den alten ab die alten abdecken das aufstoßen das zelt aufbauen das bett entlaufen wir brauchen viele rohstoffe weißt du was das ist du beschaffst rohstoffe in denen du monstern oder entsprechend objekte finden wir dorf oder können uns nicht weit in den wald hineinwagen wir schmecken den monstern zu gut aber einen jäger wie dir macht das keine probleme du kommst zurück beladen mit rohstoffen keine sorge wir haben die straßen repariert die das beben zerstört hat holz rohstoffe aus dem wald ja aber treib dich nicht nachts im wald herum auch wenn das nicht wenn du nichts sie ist kannst du dich verletzen am tag sicherer wo eins hatte ich fast vergessen ich habe was für dich in diesen grillspäß ich habe ihn gemacht grill damit das rohe fleisch das du zerlegst nichts geht immer grill er ist einfach zu antagen wenn du das nächste mal in dem wald bist gebe ich dir einige tipps fürs grillen erstatte bitte meinen vater bricht er liebt berichte okay was willst du noch nichts dörfler bitten hat aber ein ja die gelegte dir keine question vor das lager in ordnung ist sammeln rohstoffe im wald ja muss hier noch machen was was denn hätte noch gar nichts lager herrichten kosmo kebab bero wo stehen weil ich abgeben muss ich muss einfach nur punkte abgeben ja also der alte mann hat wohl recht ihr jäger seit was besonders wir übernehmen jetzt und lässt den rest uns unser dorf leben hängt von den rohstoffen ab ich berechne die rohstoffe für alles was du im jahr der wald ja ab und zu finde ich wertvolle waren wenn ich deine beute durchgehe vertraue mir wenn wir solche waren finden geben wir sie dir zeigt einen fleischpressern weiterhin wer der boss ist und du bist viele rohstoffe und waren einheimen können denk dran du musst melden was du im wald erlegt hast ich behalte diese sachen im auge und noch was unsere wir waren wir bei jana handwerker sucht ich will wohl über waffenverbesserung sprechen suchen bitte auf alter handwerker wie er verdienen unseren aspekt danke jäger okay das war der einzige mit dem ich gerade reden muss hey du bist es kommt gerade recht ich möchte dich um einen kleinen gefallen bitten wenn du in den dorf hier jagen willst brauchst du meine hilfe ich und das ist nicht als angeberei gemeint ja also dachte ich mir verbessern wir doch deine waffe ein bisschen damit du siehst worum es geht na na hör auf zu grinsen ich schwinge meinen hammer erst wenn du mir einen rohstoff bringst eisenerz das material für deine ausrüstung selber besorgen das macht es das macht es was macht es der wahre jäger so macht es der wahre jäger auch so weiß ich mir dass du alle nötig alles nötig hast und ein gutes auge um erst vorkommen zu finden und das geschick und das geschick ist abzubauen ich gebe dir meine eigene eisenspitze mit denk an mich wenn du ein eisen vorkommen findest wirst du oh ja also dann was suchst du heute waffen rüstungen ja das mal so und da unten ist noch irgendwas ja nähe da unten mit denen oder hier ich wusste ja dass du problem ist an den rohstoff kommst jetzt können wir das basislager für dich in ordnung bringen und ich habe vom eisenherz gehört alle viveana sind schwer zufriedenstellen dieser ist der schlimmste ich kenne ihn seit meinen frühen jugend ich sage wir haben uns häufiger geprüggelt als der himmelstern hat aber sein gutes auge als handwerker lässt sich nicht leugnen mal sehen was er von dir hält nach übrigens hast du die feuerstelle außerhalb des dorfs gesehen tja sie sieht dir genauer an wenn du wieder einmal daran vorbeikommt es könnte sich lohnen und bevor ich es vergesse ich habe ja kleinigkeit für dich in dankeschön mal sehen auch schön was haben wir alles hier an sachen eine mega spitzacke sortieren ja das rohr fleisch statt können wir gleich direkt gebrauchen ich hätte gern so hat ganze ausrüstung zeug was ich brauchen kann um sachen zu finden wir schon eine richtig gute den uns bekommen übrigens eine gute spitzacke ich habe mir jetzt noch ein paar käfer netze man kann man natürlich auch nur eine bestimmte menge haben weil damit kann man schmetterlinge und so fangen gefällt und ein feld klar erfährt für ein glas meinte aber das hier brauchen wir um sachen herzustellen und das lassen wir erstmal alles so wettsteiner hat kann auch nicht schauen wenn ich davon ein paar mehr ab erst mal so ganz mal dass er war ja warum man noch nicht da gibt es noch was wir hier machen können so ein paar dinge und schon im wald heimisch er will erz hat ich habe mir früher für sein erst was alle knochen gebrochen wie eine tipps von juni von mir immer einen spitzacke mit mit dosen nennen folgt man kein erz versuche in höhen und felsen gebieten seiner umgebung bis seltsame färbungen bemerken wenn ein spitzacken symbol über deinen kopf auftaucht hast du etwas gefunden drücken den knopf um die hake zu benutzen wenn du eisenherz abgebaut hast muss der spielt es bekommen es geht wieder mit dörfler bitten unter im spiel ja wart haben wir denn hier noch ja das ist irgendwie eine maske warum wird dir jetzt schon angezeigt keine ahnung so ist hier noch irgendwas wird glaube ich da unten auf der karte angezeigt da ist ja da unten auf der karte aber so haben wir überhaupt können wir hier schon mal machen hallo unter entfernen gibt es einen fahrt in dem morgen weil es könnte sich lohnen ok könnte im moment noch nicht viel machen ich tue jetzt erstmal wieder in mein haus gehen und ein paar sachen verstaunen machst du ja die will ich nicht mit dir ich mich mit tun wir erstmal ein paar sachen hier verstaunen ich brauche und zum beispiel honig dem moment erstmal nicht glaube ich brauche jetzt brauche zu meinen fern weil ich wieder ein paar neue hier einpacken kann ja eine spitze ich glaube ich komme noch mal ein paar das spiel ist hier wirklich alles sammeln organisieren also ja also das gesamte spiel wie gesagt werde ich nicht alles zeigen aber so viel wie möglich werde ich noch reinpacken fischmaterial brauche ich das jetzt schon ich weiß nicht hier ist noch eine normale spitze davon können wir uns ein paar holen dass man sein ganzes geld hier aus dem fenster aber ist egal davon können wir uns ein paar holen aber die können wir aufbinden so dann sind wir für den nächsten part gut gerüstet die wird hier noch eine ganze menge aushalten aber trotzdem ja habe ich jetzt ja ich habe trot vielleicht noch dabei na gut dann werde ich jetzt in den part beenden und in der nächsten folge gehen wir dann wieder in den mongerwald und tun sozusagen das tutorial noch ein bisschen weiterspielen bis dann die action irgendwann losgeht ich hoffe ihr habt noch ein bisschen geduld mitgebracht weil das kann auch ein bisschen dauern aber bis dahin würde ich sagen wir sehen uns in der nächsten folge von let's play monster hunter 3 ultimate ich bedanke mich alle herzlich fürs zuschauen und sage tschüss bis zur nächsten folge